Am nächsten Montag können Sie das. Der nächste Montag ist in Deutschland der entscheidende Tag. Werden wesentlich mehr auf der Straße sein, dieser friedlichen, wunderbaren Eltern, die um ihre Kinder kämpfen, dann wird die Regierung gezwungen sein, nachzudenken. Es geht nur noch übers Volk. Es geht nur noch... Sie können... Das ist ja... Herr Tüschel, wenn vor zwei Jahren bereits Ihre Obduktionen und Autopsien zur Pflicht geworden wären, wir hätten doch eine völlig andere Situation. Jetzt helfen nur noch die Menschen auf der Straße.